Ja, ja, Rios Ruhm, wie so oft. Dein Stuhl knatscht immer noch, irgendwann öde ich den mal. Ja, ähm, hallo und willkommen zurück bei Shenmue, meine Lieben. Wir stehen hier brav am Bettchen, mehr oder weniger. Ähm, wir hatten im letzten Teil ja, ja, äh, ich will jetzt eigentlich nicht sagen, dass wir den Tätowierer gefunden haben. Ich wusste noch, wo er ist, keine Ahnung, wo die passenden Hinweise gewesen wären. Jedenfalls waren wir da und sollen morgen um drei Uhr nachmittags den Charlie dann bei der Arcade treffen. Aber da wir noch einiges an Zeit haben bis dahin, hatte ich gestern ja, ja gut, war ich nicht gestern, ich habe gestern aufgenommen. Jedenfalls beim letzten Mal hatte ich ja dann da erstmal Feierabend gemacht, weil mir der Teil sonst ein bisschen zu lang geworden wäre. Waren ja immerhin schon fast, ja, knappe dreiviertel Stunde ging es. Ähm, ja, jetzt schauen wir mal, wie wir hier ein bisschen die Zeit totschlagen können. Weil schlafen gehen dürfen wir erst um acht, Zeit skippen ist nicht. Und dann werde ich aber bei der Gelegenheit mal eben schauen, ob wir vielleicht ein bisschen hier, ja, ich weiß nicht, ob wir im Dojo trainieren können. Ich würde sagen, wir gehen mal einfach da rüber und schauen mal. Ja, einen gemütlichen Trab, wird super. Wenn wir ein bisschen Glück haben, ist Fukusan da, dann haben wir sogar einen Sparring-Partner. Ich weiß aber gar nicht, wann der immer da ist. Gucken wir mal, erstmal reingehen. Auch sehr edel, ne, wird sich jedes Mal erstmal verbeugt. Hm, da ist aber keiner. Ich weiß gar nicht, zwischenzeit, wer hier ist. Lass mich raten, jetzt kann ich auch nicht trainieren einfach, ne. Ach, das wäre doch viel zu einfach gewesen, ist doch doof. Na gut. Wir können ja uns aber ja mal ein bisschen hier umschauen, solange. Tja, da sagt er mir, ich kann ins Menü. Wir sehen irgendein schönes Symbol da, das bringt mir aber so gerade noch nichts. Wobei, bringt der was? Tja, der bringt offensichtlich nichts. Oder auch doch. Braucht er noch ein bisschen Bedenkzeit. Ach was. Tja, was hat's denn? Tja, und was mach ich damit jetzt, Feines? Jetzt hab ich ein Schwert in der Hand. So weit, so schön? Nein, wir dürfen es leider nicht benutzen. Das kann ich schon mal direkt vorwegnehmen. Auch hübsch, ne? Guck mal, das können wir aber runternehmen. Tja, was mag das sein? Das bringt uns so gerade noch nichts. In der Tat. Da ist was dran. Na, sieh an. Tja, dreimal dürfte raten, wofür der, wo gut sein wird. Ich drück mal A. Ich mag das, wie er vorsichtig bei jeder Bewegung hier alles bedacht sehr hinlegt. Sehr hinlegt vor allen Dingen. Hat er es sehr hingelegt. Okay. Tja, Teil 1 soweit schön, Teil 2 fehlt allerdings. Da brauchen wir noch was. Was wir natürlich jetzt nicht haben. Kann man das eigentlich auch angucken. Die 8 Principles auf Yingang Yang. Ja, das ist super. Bringt uns aber nichts. Der kleine Hocker bringt uns auch nichts. Tja, dann kann ich hier aber gerade erstmal nichts machen. Schade, ich hatte gehofft, dass ich hier ein bisschen trainieren kann. Wenn ich jetzt wüsste, wann Fokusan hier jedes Mal ist. Also ich weiß, dass er ab und zu hier ist. Aber ich weiß wirklich nicht die Uhrzeiten. Ich kann ja mal gucken, ob ich ihn drin im Haus finde vielleicht. Das ist halt echt einer dieser Nachteile, dass sie da nicht drüber nachgedacht haben, dass man vielleicht so ein bisschen die, ja, ne, Wartezeit überbrücken kann. Einfach mal die Zeit skippen bis morgen sozusagen. Jetzt hängt man da dann immer in so einer dummen Schleife fest und kann eigentlich nicht wirklich was machen aktiv. Außer sich halt die Zeit vertreiben. Schön ist anders. Hey, Inisan. Da geht sie einfach. Okay. Ich weiß nicht, ob Fokusan vielleicht bei sich im Zimmer ist. Ich guck mal. Müsste, glaube ich, hier hinten sein. Irgendwer da? No, offensichtlich nicht. Ich weiß nicht, wo der sich rumtreibt. Stülpern wir einfach mal ein bisschen aus. Da ist er offensichtlich auch nicht. Wäre auch mal ein interessantes Experiment. Einfach mal den ganzen Tag hier nur im Haus rumhängen und gucken, wann die so alles was machen. Ich weiß das nämlich gar nicht. Ich mache jetzt alle Türen auf hier. Die Inisan-Gukas zu tun hinterher. Oh, ne, das wollte ich nicht. Na, nicht die Kordel angucken. Ach ja, Inisan macht schön sauber. So ist das fein. Was haben wir hier? Ach ja, genau. Das war ja nur der Gang hinten rund zum Zimmer. Gut, aber das bringt uns nichts. Und das bringt uns ja nichts. In der Küche ist er nicht zufällig. Nope, weiß er nicht. Irgendwas sagt mir, er wird auch nicht auf dem Klo hocken. Und wenn, dann ist es egal. Hm, auch da ist keiner. Okay. Dann gehen wir mal da hinten noch lang. Hier kann man leider nicht raus. Das würde ja da zu dem Vorgarten gehen, sozusagen. Und auch hier ist keiner. Ja, das ist super. Fokusan ist ausgeflogen, weil auch immer er hin sein mag. Oder er versteckt sich im Schrank. Aber da werde ich jetzt nicht jeden aufmachen. Ist aber auch eher unwahrscheinlich. Ja, das ist jetzt schön blöd, ne? Äh, hallo, Nissan. Tschüss, Nissan. Läuft da wie so ein Wanderer Geist rum. Na gut, dann, ähm, weiß ich gerade auch nicht. Hier drin ist ja nichts Spannendes. Dann gehe ich lieber noch mal ein bisschen Richtung Stadt. Und guck mal, ob wir da was Spannendes machen können. Weil jetzt hier nur zu Hause rumgammeln, ist ja auch nicht sehr spannend, ne? Kann euch jetzt natürlich Stunden auch einfach irgendwie einen Schwank aus meiner Gaming-Kindheit erzählen. Aber das ist nicht Sinn der Sache. Ja, gucken wir mal lieber, was wir hier noch treiben können. Und da irgendwo was? Ne, da ist ja auch nichts. Da kann ich überall nichts machen. Wann, wann, was für ein Mistwetter heute hier im Spiel. In der Realität sieht es gerade etwas angenehmer aus, zum Glück. Naja, gut, wir gucken mal einfach. Irgendwas wird sich schon machen lassen. Wir gehen ein bisschen spazieren. Oder rennen ein bisschen spazieren, besser gesagt. Da, irgendwas? Wer ist denn da vorne? Hallo, wer bist du denn? Hi, Kota. Hi. Noch was? Gehen wir zum Spiel? Ja. Ist das richtig? Nicht zu weit weg. Okay. Tschüss. Ähm, okay. Ich wusste gar nicht, dass hier ab und zu auch mal andere Kitties rumstellen bei der Katze. Ist natürlich sehr süß. Du bist immer so klein. Ja, ja, ganz winzig. Mimi, bist du kalt? Hey, see you soon. Tja, gut. Aber auch das ist gerade nicht sehr spannend. Ich weiß gar nicht, was ich hier gerade machen soll mit euch. Machen wir denn hier mal? Ist eigentlich nichts wirklich zu tun. Ich gehe mal einfach ein bisschen in die nächstgrößere Stadt, nochmal in den kleinen Vorort. Ich glaube, es gibt ja eine Menge Leute, die würden die einfacher da rausschneiden. Kann ich irgendwie ja tatsächlich ein bisschen nachvollziehen. Wir können ja Telefonstreiche machen, aber die sind natürlich auch doof. Nein, sowas machen wir ja nicht. Wir sind ja ordentlich. Ne, habt ihr ja schon mitbekommen. Rio ist ja ein ganz anständiger. Kann ich hier in den Laden eigentlich reingehen? Ich glaube ja, oder? Cool. Da war ich ja ewig nicht drin, weil da kann man eigentlich nichts machen. Muss man nichts machen. Der Ape Store. Hat aber nichts mit Ape Odyssey zu tun. Ach, so ein richtig schöner Tante-Emma-Laden. Der ist doch klasse, oder? Hier gibt es auch jeden Unfug. Kann ich irgendwas kaufen? Geht das? Ne, ne? Bestimmt nicht, oder? Schade eigentlich. Ist das da? Big Bang? Okay. Sega irgendwas. Ich kann das nicht richtig erkennen. Sega Gun oder was auch immer da steht. Ach so, da guckt er immer nur da hin. Ich wollte mich eigentlich da hinten umschauen, was da noch alles ist. Ach, da hat sich ihre Schuhchen stehen. Da ist ja eine geile Frisur hier. Also, wenn ich mich nicht irre, ist das... Ah, wie hieß er denn gleich? Auf diesem linken Cover da. Das müsste Dural, oder wie der heißt, sein. Dural, irgendwie sowas. Das ist, glaube ich, auch von, ähm, ja, äh, Virtua Fighter halt. Ach, guck mal. Was, Salami? Squidlegs, was man nicht alles kaufen kann. Da habe ich ehrlich gesagt, glaube ich, auch noch nie darauf geachtet. Caramel brauche ich nicht. Aber ich glaube, wenn ich die Sachen kaufe, dann kann ich hier auch Sachen freischalten. Ach, hier gibt es sogar andere Sachen, als in den anderen Laden. Das ist ja cool. Was sind denn das alles für Sachen? Da bin ich gar nicht irgendwelche Sammelfiguren. Was ist denn zwei und drei? Kann ich mir da irgendwelche tollen Sprecher freischalten, oder was wird das? Silver Gold. Okay, ja, das sind ganz coole Sachen. Weiß ich schon. Haben wir hier noch was Cooles? Ähm, offensichtlich nichts, was ich direkt kaufen könnte. Schade eigentlich. Ach, ich mag das. Diese kleinen vollgestopften Läden, die sind total super. Na, gute Frau, magst du mal mit uns reden? Ma'am. Du bist immer voll von Energie, nicht wahr? Ja, ich bemühe mich. Ein kleiner, schade-häte Dio hat wirklich aufgewachsen. Bitte nicht nennen mich ein kleiner, schade-häte Dio. Ich denke mal. Tja, versuch mal so eine liebe alte Dame zu überreden, dich nicht mehr deinen Lieblingsspitznamen zu nennen, wie sie dich als Kind schon immer genannt hat, wenn sie dich sehr klein aufkennt. Das ist ein ziemlich sinnloses Unterfangen, würde ich sagen. Ähm, ich glaube, Salami möchten wir nicht kaufen, weil essen können wir selber nichts, wenn dann an die Katze verfüttern. Und ich glaube nicht, dass Salami für die Katze so eine gute Idee ist. Dann können wir mal von denen welche kaufen. Das kostet mir ein Jahr. Komm, 90 haben wir, glaube ich, über, oder? So gerade eben. So, willst du dieses Läden kaufen? Ich nehme diesen. Ja, übrigens hat er sich diesmal nicht beschwert, dass er ihn schon wieder Läden genannt hat. Yeah, ich habe Squidlegs gekauft. Yay. Ach, dafür kriege ich nicht mal so ein Los. Mann, ich hatte jetzt auf ein Los gehofft. Dann müssen wir davon was kaufen. Ich glaube, wenn ich die kaufe, dann kriege ich was, weil da ist nämlich hier die Schönfrau auf dem Kapper. Ja, dann kaufen wir davon einmal welche. Ich will jetzt lose. Oh, willst du dieses Läden kaufen? Ich nehme diesen. Ja, ja, die hätte ich gerne. Ganz genau die hätte ich gerne. Okay, Little Dill. Versuch deine Glück. Mein Gott, ich mag die Frau. So, drei, zwei, eins. Und? Haben wir was gewonnen? Ach, Mist. Tja, ich fürchte, da ist was dran. Wie viel Geld habe ich denn noch? 2600 irgendwas. Ach komm, ist egal. Einmal kaufen wir noch. Nee, Schokolade will ich nicht, oder? Ach, da ist auch so ein Ding drauf, ne? Ja, ein bisschen heranzuhen kann ich noch. Doch, da ist die auch drauf. Ist die da auch drauf? Da ist die auch drauf. Hm. Caramel, Potato Tips, Chocolate. Ist eigentlich egal, die kosten ja alle gleich. Komm, kochen wir einmal Schokolade. Der nimmt echt alles wie ein Schaufelbagger hier. Shenmue-Schokolade sogar. Ist ja hier stilig. Klar, kaufen wir. Merchandise im eigenen Spiel. Ja, das hätte ich gerne. Vielen Dank. Hurra, Schokolade. Ist nie verkehrt. Okay, Little Dill. Tja, deine Glück. Das machen wir gerne. Ah, 3, 2, 1. Nicht? Doch, jetzt vielleicht. Schon wieder nicht. Ach, Mann. Ja, ich glaube ja, ich kann gar nichts gewinnen hier gerade. Oh, okay. Oh, da werden wir einfach aus dem Laden rausgeworfen, wenn sie dicht machen. Na gut. Ja, ich hatte eh so ein bisschen im Blick und dachte mir, wir gehen gleich mal nach Hause. Mir war nur nicht klar, dass wir rausgeworfen werden. Naja, war ja auch nicht meine Absicht, die gute Frau von ihren Feierabend abzuhalten. Dann wandern wir einfach mal nach Hause. Lange ist ja nicht mehr, dann kann ich ja gleich auch speichern gehen. Wir rennen jetzt mal nicht so schnell. Sieht ein bisschen doof aus, wenn er so läuft, ne? So ein bisschen. So ein bisschen. Ist sowieso, also ich finde generell, die so schön viele Sachen auch aussehen, aber die Laufanimation, die sieht, naja. Ich glaube, die sah auch damals schon nicht gut aus. Einfach ein bisschen sehr wie Stock im Hintern halt. Naja, aber was soll's. Auch ein kleines Meisterwerk darf seine Macken haben, finde ich. Ja, ja, die arme Katze, morgen kommen wir wieder vorbei, morgen gibt's was Neues zu essen. Keine Sorge. Ich möchte sie auch nicht überfüttern hier. So, komm, ich glaube, einen Schritt schneller kann ich schon gehen. Die Ladezeiten tun ja gleich ihr Übriges. Auch wenn wir gleich eine kleine Wartezeit haben werden. Hallo, Ladezeit. Ich trinke mal eben einen Schluck in der Zeit. Na, einfach mal nicht die Tür treffen, auch sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, dann speichere ich jetzt gleich einmal ganz kurz aus Prinzip hier den Spielstand. Einfach, weil ich bin immer noch ein wenig besorgt, was meine Hardware angeht hier. Gestern meint hier meine Dreamcast auch mehrfach neu starten zu wollen. Ihr habt's ja im Video auch gesehen. Einfach mal so. Und alleine, um uns hier die Wartezeit zu ersparen, falls das passieren sollte, nutze ich lieber die Chance und speichere das Ganze einmal. Ist ja nicht so viel, aber wenn ich hier gerade gucke, so knapp eine Viertelstunde, nehme ich hier ja schon wieder etwas drüber auf. Ne, das muss ich sonst alles nochmal machen. Das will ich nicht, das wollt ihr nicht. Also lieber einmal speichern. Safety first. Besser ist das. Sonst haben wir alles hier doppelt und dreifach. Ist im Übrigen auch für mich ziemlich doof, ne? Weil ich meine, ich will jetzt dann nicht jedes Video damit beginnen, dass ich dann erstmal rumjammer, dass ich das ja gerade zum fünften Mal machen muss, blablabla. Und ich will ja dann auch nicht so durchrennen. Also, ja. Dieses Problem mit denen, ich möchte euch das möglichst originalgetreu zeigen und hier nicht irgendwie ein Schauspiel veranstalten, aber andererseits, wenn ich etwas zum fünften Mal spiele, dann so tun muss sozusagen, als hätte ich es noch nie gesehen gerade. Ist natürlich ein bisschen arg doof, sowas, ne? Ja, schöner Kittel. Das ist hilfreich, dass ich ihn von der Wand nehmen kann. Ist eigentlich schade, dass ich den nicht einfach anziehen kann und fertig. Das wäre super. Kann ich hier eigentlich, ähm... Das kann ich eigentlich einstellen, wenn ich auf Training gehe. Das kann ich aber, glaube ich, nur... Ne, Settings wollte ich eh nicht ran. Ne, ne, das wollte ich nicht. Achso, muss ich da auch warten bis 8. Na gut. Ja, dann warten wir jetzt halt. Kann ich die essen? Das ist echt schade, dass ich die nicht essen kann. Sins 1951. Wow, das ist aber alt. Was, Sünde? Warum steht da Sünde drauf? Oder bin ich der Einzige, der das Sinn erkennen kann? Echte Sega-Chenook-Schokolade, ey. Was würde ich dafür geben, davon so ein Päckchen zu haben? Steht denn da für eines? Ja, wenn ich jetzt das lesen könnte. Das fände ich jetzt gerade interessant, was da draufsteht. Das sind 45 Gramm sind. Das kann ich noch erkennen. Da hört der Spaß dann aber auch auf, fürchte ich. Sind da noch irgendwas Spannendes drauf? Ne. Ja, ganz viele Schriftzeichen, die mir aber natürlich nichts bringen. Tja, schade. Das wird hier wahrscheinlich ähnlich sein, gehe ich mal von aus. Boah, echte Kartoffel-Chips. Das ist aber eine schöne Packung. Jetzt habe ich Bock auf Chips, so einen Scheiß. Ja, wie gesagt, sehr sinnfrei, aber es ist halt da. Echter Sega-Trumfisch ist auch super. Ich mag ja diese Konsequenz, mit der sie hier überall ihren eigenen Firmennamen drauf haben. Also, mehr oder weniger überall ist das da. Achso, genau, das sind die Tintenfischbeine, auch sehr fein. Da steht aber nichts Eger drauf. Na gut. Na, ich glaube, jetzt haben wir nach acht. So rückelte er einmal kurz. Das Logo auf der Milch ist auch fantastisch. Na gut, so. Schauen wir mal. Darf ich? Darf ich jetzt? Ich will mal einmal ganz kurz auf diesen Punkt Training hier schauen. Was kann ich denn da machen? Train all moves equally. Achso, okay, ja gut. Hier kann ich den Fokus einstellen, sozusagen, was ich trainieren möchte. Nee, aber das ist gescheuert. Das lässt man einfach auf all moves stehen. Ich drücke lieber wild alle möglichen Sachen und mache das manuell, als dass ich hier mir das selber einschränke, sozusagen. Gut, ja, dann würde ich sagen, ab ins Bettchen gehüpft. Vielleicht sollte er doch mal irgendwann das T-Shirt wechseln. Irgendwann wird es eklig. Oder er hat es schon so lange an, dass man es aboperieren müsste und er kriegt es schon nicht mehr aus. Das ist natürlich auch eine Variante. Ich meine, die Haare sehen auch ziemlich angepappt aus. Würde mich jetzt nicht so wundern. Ja, ein paar leere Seiten waren ja genau, weil wir einfach, ne, irgendwo hingegangen sind, obwohl die Hinweise fehlten. Was ich aber witzig finde, dass das geht. Also, dass man eigentlich ja gar nicht weiß, dass man da hin muss. Man macht es aber einfach und dann darf man das tatsächlich. Oh, was wird das denn jetzt? 8.32 Uhr, okay. Warum rät er jetzt? Was kommt denn jetzt hier? Kommt irgendeine Sequenz oder so? Ich vermute mal. Vater, ich versuche, dich zu retten. Okay. Dein Sohn. Oh. Oh. Oh, das war ein paar Mal, oder? Es ist schon lange. Oh, ja. Sehr, sehr gerne. Das ist ja fantastisch. Toll. Let's go. Autsch. Hey, don't use that move. Nicht? Sorry. Oh, wow. Der war cool. Wenn die Kamera gerade nicht so doof wäre, wäre es... Autsch. Okay. Ist schon ziemlich cool, wenn die beiden hier loslegen, finde ich. Das kann ich... Kann ich nicht... Das machen? Ich würde ihn gerne greifen. Darf ich das machen? Autsch. Der war hübsch, aber... Autsch. Bäm. Das ist mal ordentlich ein Mitgeben hier. Na, lässt du das wohl? Tja, da schauen sie aber. Den habe ich neu gelernt. Na, das hat nicht funktioniert. Na, ich würde dich gerne nochmal greifen. Komm her. Ja, oder auch nicht? Mach der schon wieder den. Mann, mach doch mal einen anderen. Ja, coole Sache auf jeden Fall. Ja, mir geht's auch mal besser, wenn ich jemand was cooles hab. Mehr oder weniger. Ich habe eine Lied auf der chinesischen Kartell. Ah, ich weiß nicht. Ach du Armer. Oh, bitte. Ich bedanke mich, bitte überraschend. Mein Geist ist fertig. Ich muss gehen. Yosan. Ine-san, hast du überhört? Bitte nicht, Yosan. Ich muss, bitte. Ich bedanke mich. Ich liebe Hatsuki-Sensei's will and look after the Dojo. Ich kann nicht glauben, dass mein Vater jemanden hat. Tschau. Bitte, warte. Es ist etwas, ich muss dich geben. Ja, ja. All die kleinen Dramen hier. Da gehen wir sogar noch mal rein. Na gut. Machen wir mal. Ja. 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 Das kam, genau nachdem der Hatsuki-Sensei weggebrachte. Ich hatte ein schlechtes Gefühl über das, also ich dachte, ich sollte... Ich werde es schiefen bis heute Abend. Die Letters sind in chinesisch. Aber warum? Ich liebe Ihnen, ich liebe Ihnen. Ich liebe Ihnen, dass ich etwas Angst "...fühlen würde." Und weil ich nicht die Angst zu machen. Ich liebe Ihnen, ich sage Ihnen. Schöne, ich sage Ihnen. Ja. Ich versuche es. Danke, dein Junge. Das ist tatsächlich einfach etwas, was ja nicht unbedingt ganggebend ist. In jedem Spiel heutzutage. Also, selbst heutzutage nicht. Da können wir uns mal irgendwann darum kümmern, dass wir den übersetzt kriegen. Das bringt uns so nämlich nichts. Kann man sich zwar angucken, aber wie gesagt, bringen tut es noch nichts. Aber das machen wir noch. So, aber jetzt geht es erstmal raus hier. Wir müssen in Richtung Stadt. Ähm, wo bin ich denn hier? Da bin ich, okay. Ja, geh mal weiter. Ach ja, Geld kriegen wir auch wieder. Fast 3000. Ich hätte nicht ganz so viel Schokolade und Chips kaufen sollen. Dann hätte ich mir nämlich hier so ein Ding einslicen können. Da noch so ein, zwei der Moves kaufen können. Da waren auch noch ein paar in den Einladen. So, so. 10 Uhr eins. Okay. Dann haben wir jetzt ja noch ein bisschen Zeit. Wir müssen uns jetzt nicht zu sehr hetzen, dass wir in die Stadt kommen. Knappe fünf Stunden. Drei. Och ne? Ich dachte mir das hier. Es gibt ja natürlich auch noch ein paar Lieben. Das ist ja eigentlich ein Kino. In der Chiense? Ist das von der Mann, der auf die Mensch? Ja. Scheiße, wenn wir nur jemanden kennen, der Chinesen schreibt. Auch auf jeden Fall den kleinen Absträcher natürlich immer bei der Katze rum, ne, Prioritäten und sowas. Da soll ja das Kätzchen nicht runterleiden, dass wir hier gerade auf einem großen Rachefeldzug sind. Ich renne jetzt gar nicht mal zu schnell, weil wie gesagt, bisschen Zeit haben wir ja eh. Umso eher ich ankomme, umso länger müssen wir da vorne dann doof rumwarten. Weich, andererseits natürlich noch mal ein bisschen trainieren gehen könnte, ist ja auch nicht verkehrt. Gut, na, Megumi, was sagst du so? Hi, Megumi. Hi, Ado. Hey, yo, weißt du was? Mimi kann mich verstehen, wenn ich mit ihr spreche. Wenn ich sie kenne, antwortet sie mir. Wirklich? Aha, ich versuche. Right, Mimi? Ich hab dir gesagt. Wow, das ist unglaublich. Hier, eat it. Es ist sehr lecker. Ich glaube, sie mag dieses Essen. Es muss gut schmeißen. Ich bringe noch mehr. Great, danke, dear. Ach ja. Alle sind glücklich, so muss das. Gut, dann einmal ab Richtung Stadt würde ich sagen. Also, natürlich erst mal Richtung Vorort, ganz klar. Ich überlege gerade, bin mir nicht sicher, ob ich hier in dem Park auch trainieren kann. Wir können ja mal eben einen kleinen Abstecher machen. Dann hampeln wir da einen kleinen Moment rum, einfach weil, ja, Zeit haben wir ja, ne? Warum soll ich mich hier so abhetzen? Oh. Da kommt irgendwas. Was wird das denn jetzt? Oh. Ne, so ne Sau. Ne, 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 ne. Oh, oh. Oh Gott, ja, ich erinnere mich gerade, was jetzt kommen wird. Mhm. Hallo Jungs. Ach was. Ja, ja, geh besser, das wird jetzt ungemütlich. Erstmal ein bisschen Platz machen. Oh, mein Lieber, das hast du doch nicht umsonst gemacht. Na, das war's schon. Oh, 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 das machst du nicht. Oh nein. Damn. Tja. Ja, ich würde sagen, das fuhre ich gerade sehr erfolgreich sogar. Ja, ich würde sagen, das fuhre ich gerade sehr erfolgreich sogar. Ha. Ja. Oh,谢谢. Je t practicing. Hey, bist du chinesisch? Ja, mein Name ist Raum Heil. Was ist dein Name? Ryo. Ryo Hazuki. Ryo. Hazuki. Ja. Herr Ryo-San! Wenn? This letter is my only lead. Now I am sure it will reveal the next step. But who can read this letter for me? Ja. Danach müssen wir Ausschau halten. Aber das kriegen wir schon noch hin. Ähm. Vielleicht geh mal da lang. Ich guck jetzt trotzdem mal einmal spaßhalber ob man hier trainieren kann oder nicht. Hier ist ja dieser kleine Park wo Onozumi da so ein bisschen den Stress hatte. Okay. Kann ich jetzt aber nicht, weil da ist auch wer. Wenn nämlich keiner da ist, dann darf man das. Hey, ist das nicht der von dem wir auch was gelernt hatten? Ja, na klar. Oh, es ist du, Ryo. Na, wie geht's dir so, mein Lieber? Chines? Du weißt, das erinnert mich. Ich lernte ein bisschen, als ich in der Armee war. Na, ich wurde geordert, es zu lernen. So, kannst du es lesen? Nein, nein, nein. Das war so lange vor. Ich habe es jetzt alles vergessen. Hm, schaue. Du wärst besser aus, den Erwanderer von Ajiichi. Ja? Ach, guck mal. Ach, guck mal. Ach, guck mal. Ja, da hat sich das doch immer gelohnt trotzdem, ihn anzusprechen. Hm, hm, hm. Haben wir einen kleinen Hinweis. Gute Ajiichi, okay. Ja, das machen wir dann mal. Irgendwer weiß halt immer, was Sache ist, ne? Wäre das nicht 1986, könnten wir es einfach googeln. Naja, so ist das halt. Ähm, was ich jetzt allerdings gerade überlege ist, ob ich dann jetzt mal eben ganz kurz hier so eine kleine Pause einwerfen soll. Einfach, weil jetzt haben wir hier so ein bisschen Kram ist ja passiert. Aber es dauert auch noch eine Weile, bis es hier weiter geht, sonst wird mir dieser Part nämlich wieder zu lang. Die letzten beiden Teile sind zwar mit 45 Minuten einerseits ganz schön, weil ein bisschen was passiert, aber andererseits ist mir das einfach auch ein bisschen zu lang für die Parts. Dann würde ich sagen, ähm, es hat hoffentlich keiner was dagegen, wenn ich an der Stelle sozusagen mal eben kurz ein kleines Ende setze. Und dann geht es für euch beim nächsten Mal weiter. Und ja, dann danke ich euch jetzt einfach mal fürs Reinschauen. Am nächsten Mal werden wir dann wohl den Charlie hier treffen, bei der Arcade. Bin ich schon gespannt, was das dann werden wird. Hier denke ich mal auch. Und ja, dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal. Ciao!